Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Möchtest du mit deinem Smartphone bis zu 15 Euro pro Stunde verdienen oder teilweise habe ich auch Apps dabei, wo du mehrere hunderte Euro im Monat mitverdienen kannst, dann könnte das heutige Video richtig für dich sein. Da ist vielleicht eine oder andere coole App dabei, insgesamt sind es 10 Stück. Da sind auch Apps dabei, wo man mit einem Anfänger im Internet Geld verdienen kann, deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wenn du mehr davon sehen möchtest, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da und ich würde sagen, let's go. Die erste App, die ich dir zeigen möchte, ist die App SendShop. Wie gesagt, davon gibt es eine App und hier findest du flexible Nebenjobs mit dieser App, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Du findest hier Jobs als zum Beispiel Promoter, als Fahrer, Kassierer, Verkäufer, Warenverräumer oder auch Baraushilfe. Also du findest da ein paar verschiedene Nebenjobs, die du erledigen kannst. So funktioniert das Ganze. Du ladest dir erstmal hier, wie gesagt, die App runter. Danach registrierst du dich, erstellst ein Profil. Das Ganze wird dann verifiziert. Bei Punkt Nummer 3 kannst du dann in wenigen Klicks eine Schicht buchen. Das heißt, du siehst dann hier zum Beispiel, buche Jobs nur dann, wenn es dir passt. Zum Beispiel hier Kassierer im Supermarkt, 96 Euro und mit 12 Euro pro Stunde. Hier am Montag, den 23.08. Und kannst dann ganz easy diesen Job buchen mit nur wenigen Klicks. Punkt Nummer 4, du erledigst diesen Job dann natürlich. Und Punkt Nummer 5, wenige Tage, nachdem du deinen Job erledigt hast, bekommst du dann das Geld. Wie gesagt, das Ganze gibt es als App für den App Store und den Play Store. Du findest da Jobangebote in deiner Nähe. In über 39 Städten in ganz Deutschland ist das Ganze aktiv. Das heißt, wenn du da irgendwo wohnst, kannst du da Jobs in deiner Nähe finden. Was ich sehr cool finde an dieser App ist, dass es zum einen ganz easy ist, Jobs zu finden. Dass du Jobs in einigen Bereichen finden kannst. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, du kannst dich jobben ohne Bewerbung. Das finde ich sehr, sehr cool. Kein Lebenslauf, kein Anschreiben, Interview oder sonstiges. Wirklich mit wenigen Klicks. Finde ich sehr, sehr cool ohne Bewerbung. Und was ich auch sehr, sehr cool finde, ist der Punkt hier. Du kannst arbeiten nach Belieben. Ja, du kannst das komplett flexibel gestalten. Wann du arbeiten möchtest, dann arbeitest du. Wenn du keine Lust drauf hast, dann machst du das nicht. Also das finde ich auch ein Punkt, das Arbeiten nach Belieben, was ich sehr, sehr schön finde. Du hast eine freie Jobauswahl. Das Ganze wird schnell bezahlt. Also ich finde Sendjob eine wirklich coole Webseite. Und hier siehst du das Ganze auch. Du kannst bis zu 15 Euro pro Stunde als Nebenjob hier verdienen. Also ich finde Sendjob wirklich eine coole App, wo man eben dann den einen oder anderen Euro verdienen kann. Bis zu 15 Euro pro Stunde mit einfachen Nebenjobs, dank dem Handy mit eben dieser App Sendjob. Finde ich sehr cool. Könnte dementsprechend vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein. Dann haben wir die App. AppJobber finde ich ist eine ganz okay, solide App. Bei dieser App kannst du Geld verdienen mit verschiedenen Microjobs, die es in deiner Nähe gibt. Wie gesagt, davon gibt es eine App. 3,8 Sterne, 500.000 Downloads. Du findest eben Microjobs in deiner Nähe. Musst da irgendetwas erledigen und bekommst dann dafür Geld. Das ist jetzt nicht die Menge, was du dafür bekommst. Du bekommst dafür ein paar Euro. Das heißt, du wirst damit jetzt definitiv nicht reich werden. Du wirst damit vielleicht irgendwie 5 bis 20, 30 Euro oder so im Monat verdienen. Also das wird jetzt nicht die Menge sein. Du suchst eben Jobs in deiner Nähe aus. Deswegen, das lohnt sich, wenn du in einer Stadt wohnst, definitiv mehr als wenn du auf dem Dorf wohnst. Du erledigst dann diesen Job und bekommst dafür Geld. Im Grunde ist es relativ einfach. Du beantwortest da ein paar Fragen oder musst ein Bild oder so machen. Und bekommst dann eben, wie gesagt, dafür Geld. Das sehen wir hier zum Beispiel. Musst du dann eben zum Beispiel hier, geh während der Öffnungszeiten zur Schelltankstelle und für einen Testkauf durch. Und musst dann eben Bilder erstellen und so weiter, ein paar Fragen beantworten. Und du bekommst dann dafür als Beispiel 12 Euro. Also wie gesagt, du wirst damit jetzt nicht reich werden. Musst da eben Bilder oder sowas erstellen, Fragen beantworten. Wie gesagt, ich würde sagen, so 10, 20, 30 Euro, irgendwie sowas um den Dreh pro Monat wirst du verdienen. Es ist eine okaye App. Nicht mehr, nicht weniger. 3,8 Sterne, wie gesagt. Da kann ich mich sehr gut anschließen, glaube ich. Es ist okay. Kann man machen, wenn man mit Microshops in der Nähe Geld verdienen möchte. Vor allem für Leute, die in einer Stadt wohnen. Könnte Appjobber oder Streetspotter. Da gibt es ja auch einige Apps in dem Bereich. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Dann haben wir dann eine sehr coole Webseite, beziehungsweise eine sehr coole App. Und zwar die App Getaround. Wie gesagt, gibt es von dem Ganzen auch eine App. Das ist eine Carsharing App. Bedeutet, du kannst dir dein Auto vermieten und darüber dann dank deines Handys, beziehungsweise mit deinem Handy Geld verdienen. Auch das finde ich sehr, sehr cool. Da kannst du auf jeden Fall ein paar hundert Euro pro Monat verdienen. Und zwar kannst du hier auf Vermieter dein Auto gehen. Dann siehst du zum Beispiel, wie viel Geld du pro Monat damit verdienen kannst. Als Beispiel, du hast, keine Ahnung, ich kenne mich mit Autos jetzt nicht wirklich aus. Du hast als Beispiel einen Audi A4 als Beispiel. Baujahr, keine Ahnung, 2020 als Beispiel. Und neben 50.000 bis 100.000 Kilometer. Dann wirst du da zum Beispiel 204 Euro geschätzt pro Monat verdienen. Mit deinem Handy, beziehungsweise in Kombination mit deinem Auto. Deswegen auch das finde ich eine coole App. Getaround. Und je nachdem, welches Modell es natürlich ist, ist es dann irgendwie mehr oder weniger. Keine Ahnung, du hast ein BMW, M3. Wie gesagt, ich kenne mich mit Autos nicht wirklich aus. Und Baujahr, keine Ahnung, 2018. Dann wirst du 79 Euro im Monat verdienen. Also es ist natürlich ganz unterschiedlich und ganz davon abhängig, welches Auto du hast, welche Marke, Baujahr und so weiter. Und je nachdem, wirst du dann mehr oder weniger verdienen. Das geht aber auch hoch. Ja, also bis zu relativ viel Geld, muss ich sagen. Je nach Baujahr und so weiter. Da kannst du schon ein paar hundert Euro pro verdienen. Also pro Monat verdienen. Und dementsprechend, wenn du eben Carsharing betreiben möchtest, wenn du dein Auto vermieten möchtest, gibt es eine coole App. Getaround könnte ganz interessant sein. Wichtig, was ich auch noch sagen möchte, das Ganze ist über Allianz abgesichert, also versichert. Das heißt, das könnte zum Beispiel eben auch ganz interessant sein. Es ist ganz easy. Du kannst das ganz easy eintragen, Buchungen erhalten, mühelos vermieten und wirst dann eben innerhalb ein paar Tagen bezahlt. Also wie gesagt, ich finde es eine wirklich einfache Möglichkeit, wie du ein bisschen was verdienen kannst. Hier zum Beispiel 180 Euro letzten Monat oder 4.500 Euro letzten Monat, 325 Euro letzten Monat. Also du kannst da wirklich ein bisschen was verdienen mit dieser App und das relativ einfach. Deswegen auch das ist mega, mega nice. Wie gesagt, über Allianz abgedeckt und versichert. Und ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr cool. Deswegen könnte vielleicht auch ganz interessant für den ein oder anderen von euch sein. Dann haben wir die App Surveytime. Wie gesagt, auch davon im Playstore gibt es eine App. 4,2 Sterne, 500.000 Downloads. Surveytime habe ich erst vor kurzem vorgestellt in einem Selbstexperiment. Das findet ihr hier, ich glaube vor zwei Wochen oder so habe ich das hochgeladen. Das Video hier, da habe ich sechs Apps, sieben Tage lang, bis zu sieben Tage lang getestet. Unter anderem auch Surveytime. Und Surveytime finde ich jedenfalls eine sehr, sehr coole App, womit du sehr gut Geld verdienen kannst. So 10, 20, 30, 40, 50 Euro im Monat, je nachdem wie viele Umfragen du beantwortest. Genau das ist es nämlich hier. Du kannst dir Geld verdienen durch das Beantworten von Umfragen. Ich werde übrigens das Selbstexperiment-Video, werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Wenn du dir das ansehen möchtest. Und der Vorteil oder der Unterschied von Surveytime zu anderen Umfrage-Apps ist, dass du immer 1 Dollar als konstante Belohnung bekommst. Bei anderen Umfrage-Apps ist es ja so, mal bekommst du 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 1,50 Euro. Da ist es ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Und hier bei Surveytime ist es so, dass du immer 1 Dollar als Belohnung bekommst. Diese Umfragen dauern hier so meistens so 10 bis 20 Minuten. Auch das sollte dir bewusst sein. Und auch was natürlich wichtig ist, das Ganze sind Dollar und keine Euro. Das heißt, in Euro ist es dann nochmal ein bisschen weniger. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Du bekommst viele Umfragen und kannst damit, wie gesagt, so 10, 20, 30, 40, 50 Euro im Monat ganz easy nebenbei verdienen. Indem du eben ein paar Umfragen beantwortest. Wie gesagt, wenn du mehr dazu wissen möchtest, check gerne das Selbstexperiment ab. Ich finde Surveytime eine sehr, sehr coole App. Ich war komplett überrascht von dieser App, als ich die getestet habe. Deswegen check gerne das Selbstexperiment ab. Surveytime, richtig coole App. Dann habe ich die App Toluna Influencers. Auch das ist eine Umfrage-App. Auch die finde ich sehr, sehr gut. Ich persönlich bin ein großer Freund von Umfrage-Apps. Ich mag Umfrage-Apps lieber, als diese Apps, wo man Geld verdienen kann mit Spielern spielen. Bei Umfragen ist es aber natürlich auch das bei Surveytime so. Manchmal wirst du von Umfragen ausgeschlossen, weil du nicht Teil der Zielgruppe bist. Das sollte dir bewusst sein, wenn du damit Geld verdienen möchtest. Und Toluna Influencers ist ebenfalls eine coole App. Wie gesagt, es gibt auch eine Webseite davon. Und du beantwortest eben Umfragen, kannst du mit ein bisschen was nebenbei verdienen. Wie gesagt, viel mehr als 10, 20, 30 Euro werden das jetzt nicht sein. Aber es ist trotzdem eine coole Möglichkeit. Du kannst das Ganze dann zum Beispiel über Paypal ausbezahlen. Und dementsprechend, wenn du eben darüber Geld verdienen möchtest mit Umfragen, dann könnte zum Beispiel Toluna auch ganz interessant sein. Dann haben wir Vinted. Eine weitere coole App, wo du gebrauchte Kleidung verkaufen kannst. Zum einen gibt es die Webseite, da kannst du hier auf Artikel verkaufen gehen, dich hier registrieren und dann kannst du hier deine gebrauchten Artikel verkaufen. Aber natürlich von dem Ganzen gibt es auch eine App von Vinted. 3,9 Sterne, 50 Millionen Downloads. Also auch eine sehr viel gedownloadete App. Und du kannst dir dann eben deine gebrauchte Kleidung, Schuhe oder was auch immer verkaufen. Dementsprechend, ich finde es persönlich sehr cool. Auch damit kannst du dann sehr schnell an Geld kommen, wenn du das möchtest. Und das eben ganz easy. Das Ganze ist gebührenfrei. Du behältst alles, was du eben verdienst. Das heißt, das Ganze ist eben gebührenfrei, unkompliziert. Und das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr nice. Du musst ein Foto erstellen, das Ganze hochladen und den Preis festlegen. Und dann kannst du hier eben ganz easy deine gebrauchte Kleidung verkaufen und darüber dann hier Geld verdienen. Ist mega einfach, geht mega schnell. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Vinted, Secondhand, Kleidung. Finde ich ebenfalls eine sehr coole App. Dann haben wir Rewardy Money Paid Surveys. Ebenfalls eine Umfrage App, wo du Geld verdienen kannst mit Umfragen. Und das Ganze hat 4,5 Sterne, 500.000 Downloads. Du wirst damit wahrscheinlich nicht mehr als 10 Euro oder 10 Dollar im Monat verdienen. Viel mehr wird es hier nicht sein. Ich muss auch persönlich sagen, sowohl Toluna als auch Servertime finde ich da persönlich deutlich, deutlich besser als Rewardy. Es ist eine Alternative. Ich würde eher sagen, lass die Finger davon. Ich würde eher YouGov, Entscheider Club, Meinungsplatz, Toluna, LivePoints, Mobrok, Servertime. Diese Apps nutzen und eher die Finger von Rewardy lassen. Es ist eine okaye Umfrage App, aber definitiv nicht die beste. Die gehört eher zu den schlechteren. Und viel mehr als 10 Euro wirst du damit auch definitiv meiner Meinung nach nicht verdienen. Apropos YouGov. Genau da haben wir die App YouGov. 4,4 Sterne, 1 Million Downloads. Aktuell nutze ich tatsächlich auch wieder YouGov ein bisschen aktiver. Und muss sagen, YouGov ist wirklich eine ganz stabile, solide App. Auch dazu habe ich mal ein Selbstexperiment gemacht. Auch das werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich 5 Umfrage Webseiten Apps getestet. Und da, wie gesagt, kann ich dir das auch gerne verlinken, wenn du dazu mehr wissen möchtest. Auch YouGov, wirklich eine absolut solide App, gehört meiner Meinung nach zu den Besseren. Aber du wirst bei jeder Umfrage App, egal wie gut die jetzt ist, wirst du manchmal von Umfragen ausgeschlossen. Das ist, wie gesagt, ganz normal. Das sollte dir aber bewusst sein. Aber du wirst auch mit YouGov so 10, 20, 30, 10, 20 Euro im Monat verdienen. Ist auch eine absolut solide App. Kann man auch auf jeden Fall abchecken, wenn man ein bisschen was nebenbei verdienen möchte. Umfragen sind einfach mega cool. Das kannst du ganz entspannt auf der Couch machen, nebenbei eine Serie ansehen. Also ich liebe Umfragen. Ich beantworte diese sehr, sehr gerne. Du kannst damit ein paar Euro im Monat verdienen. Also YouGov auch eine sehr, sehr gute App. Kann man auf jeden Fall abchecken, wenn man das mal möchte. Dann haben wir die App Cash Baron Geld verdienen. Das Ganze ist eine Umfrage App und auch eine App, wo du Geld verdienen kannst mit dem Spielen von Spielen. Die App ist von Bitburst GmbH. Die kommt euch vielleicht bekannt vor, falls ihr Polpay kennt. Denn auch Polpay ist von Bitburst GmbH. Die App sieht optisch auch genauso aus wie Polpay. Das heißt, wenn dir Polpay gefällt, dann wird auch Cash Baron gefallen. Wenn dir Polpay schon nicht gefällt, dann wirst du auch an Cash Baron keinen Spaß haben. Wie gesagt, das Ganze ist eine Umfrage App und eine Spiele App. Du kannst das Ganze dann zum Beispiel über Paypal, Amazon usw. ausbezahlen. Du kannst Freunde einladen. Und eben, wie gesagt, das Ganze ist von Bitburst GmbH. Und du siehst dann hier zum Beispiel ein paar Apps, die Bitburst gemacht hat. Und die Apps sind alle relativ ähnlich. Die sehen auch vom Design her sehr, sehr ähnlich aus. Ja, hier Easy Bucks zum Beispiel. Und hier zum Beispiel Polpay. Und dann eben hier als Beispiel noch Cash Baron. Also die sehen alle sehr, sehr ähnlich aus, diese Apps. Das sollte dir, wie gesagt, bewusst sein, wenn du eine Bitburst App nutzen möchtest, so wie Cash Baron oder Polpay. Wenn du eine davon magst, dann wirst du die anderen eben auch mögen. Und wenn du eine davon nicht magst, dann wirst du die anderen wahrscheinlich auch nicht mögen. Ich finde es okay. Ich finde diese Spiele, diese Apps besser gesagt, finde ich okay. Die sind jetzt nicht das Beste der Besten. Die sind ganz okay, solide. Aber du wirst zumindest zum Beispiel bei Polpay sehr häufig von Umfragen ausgeschlossen im Vergleich zu anderen Umfrage-Apps. Das ist eine Sache, die mir zum Beispiel bei Polpay aufgefallen ist. Und das soll dir zum Beispiel bewusst sein. Ansonsten wirst du damit ein paar Euro im Monat verdienen können. 10 Euro plus minus 20 Euro. Je nachdem. Aber du wirst jetzt hier damit auch nicht irgendwie hunderte oder tausende Euro verdienen. Es ist eine okaye Möglichkeit. Es ist eine einfache Möglichkeit hier Cash Baron, Polpay und eben die anderen Apps hier von Bitburst. Und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch ganz interessant. Dann haben wir Geldbiene. Geld verdienen. 3,3 Sterne. 100.000 Downloads. Hier kannst du Geld verdienen durch das Spielen von Spielern. Hier, das ist so hier. Und du wirst bezahlt über Playtime. Bedeutet, wenn du mehr spielst, bekommst du mehr Geld. Also über die Spielzeit wirst du quasi Geld verdienen. Und es gibt auch die Möglichkeit an Umfragen teilzunehmen und darüber Geld verdienen. Und du kannst das Ganze dann zum Beispiel ab Paypal ausbezahlen. Hier steht ab 5 Euro. Ich glaube, es müssten 10 Euro sein. Ich glaube, das wurde erhöht. Das müssten 10 Euro sein, womit du das Ganze ausbezahlen kannst und nicht 5 Euro. Wenn ich da richtig liege, ich kann das gerade vertauschen. Aber ich glaube, das müssten 10 Euro sein. Ich habe so viele Apps schon getestet und immer wieder. Und da kommt man so ein bisschen durcheinander. Aber das müssten, glaube ich, aktuell 10 Euro sein. Und nicht mehr ab 5 Euro. Das solltet ihr zum Beispiel dann auch bewusst sein. Und ansonsten, wie gesagt, kannst du dann hier eben über Spielzeit bezahlt werden oder über Umfragen bezahlt werden und darüber dann Geld verdienen. Du wirst damit hier definitiv auch nicht reich werden. 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro. Viel mehr wird es im Monat nicht sein. Und was dir auch bewusst sein sollte, wenn du diese Spiele spielst, wird es häufiger mal passieren, dass du die Playtime nicht angerechnet bekommen wirst. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das heißt, du spielst ein Spiel eine Stunde lang, bekommst aber nur eine Bezahlung für eine halbe Stunde oder so. Das ist dann immer sehr nervig. Deswegen bin ich persönlich von solchen Spiele-Apps keine Riesenfreunde. Deswegen mag ich Umfrage-Apps lieber. Weil ich bei den Umfragen-Apps ist es immer so, ja, okay, 5 Minuten und dann wirst du von der Umfrage ausgeschlossen. Also selten habe ich mal der Fall, dass ich irgendwie 20 Minuten die Umfrage beantworte und dann ausgeschlossen werde. Deswegen finde ich die Umfragen auf jeden Fall besser als jetzt irgendwelche Spiele-Spielen-Apps. Aber trotzdem, Geldbiene, wenn du darüber Geld verdienen möchtest, check es natürlich gerne mal ab. Ich finde die 3,3 Steine auf jeden Fall sehr, sehr passend und vielleicht eben, wenn du darüber Geld verdienen möchtest mit Umfragen oder mit Spiele-Spielen, eben mit den Bedenken im Hintergrund, dann check ich Geldbiene gerne mal ab. Tatsächlich waren das dann die 10 Apps, mit denen du Geld verdienen kannst. Sendjob finde ich sehr, sehr cool, damit kannst du 15 Euro pro Stunde verdienen. Finde ich eine coole Möglichkeit, einen Nebenjob zu finden als Student, als Schüler. Finde ich sehr cool. Sendjob könnt ihr gerne mal abchecken. Appjobber finde ich ganz okay, wenn du Jobs in deiner Nähe möchtest, Microjobs. Getaround finde ich sehr, sehr cool. Auto vermieten und darüber mehrere hunderte Euro im Monat verdienen, finde ich eine wirklich coole Möglichkeit. Oder Servertime finde ich eine coole Umfrage-App, wo du immer konstant 1 Dollar als Belohnung bekommst. Toluna eine coole Umfrage-App, Vinted, wenn du alte Kleidung verkaufen möchtest. Rewardy finde ich eher zu den schlechteren Umfrage-Apps. YouGov finde ich wieder eine der besten Umfrage-Apps. Cashburn, wie gesagt, wenn du Bitbust-Apps magst, wirst du auch Cashburn mögen. Und eben Geldbiene, finde ich, ist, naja, ganz okay. Wenn du mehr wissen möchtest, rund um das Thema im Internet Geld verdienen, dann schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Da kommen 5 Videos die Woche, immer um 17 Uhr. Zusätzlich kommen auch noch Shorts auf dem Kanal. Also alles rund um das Thema im Internet Geld verdienen. Selbstexperimente, Webseiten, Apps, Geld verdienen mit künstlicher Intelligenz. Also vieles, vieles Unterschiedliches. Check das Ganze gerne mal ab. Schau einfach mal vorbei. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Glück dabei, wenn du mit deinem Handy mit Apps Geld verdienen möchtest. Ich persönlich aus eigener Erfahrung kann sagen, Webseiten lohnen sich auf jeden Fall mehr, wenn du Geld verdienen möchtest, als Apps. Viele Apps machen immer mal wieder kleinere Problemchen und eben wirst du mit den meisten Apps auch nicht wirklich sehr viel verdienen, sondern einfach nur ein paar Euro im Monat. Das soll dir bewusst sein. Deswegen bin ich allgemein größer der Freund von Webseiten als Apps. Aber vielleicht eben war die eine oder andere App heute dabei, die dich interessiert, mit der du den einen oder anderen Euro in Zukunft verdienen wirst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Glück dabei. Dankeschön geht auch raus an alle neuen Abonnenten da draußen. Fettes für das Dankeschön. Wirklich aus tiefstem Herzen danke, dass ihr euch entschieden habt, den Kanal zu abonnieren. Danke, falls ihr euch dazu entscheidet, regelmäßig die Videos zu liken, falls ihr ab und an einen Kommentar schreibt. Vielen, vielen Dank. Ich lese ja da den einen oder anderen. Dankeschön geht raus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Du möchtest pro Audi Minute 40 Cent im Internet verdienen? Dann check mal das Video da oben ab. Check gerne die Playlist ab. Soll es dir gefallen haben, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns da oder in einem der anderen Videos wieder.